kindermusik tv hallo leute herzlich willkommen zu kindermusik tv heute mit diane und tobi von drei berlin das sind wir und mit mir kim wolke hallo kim hallo tobi guten tag ich glaube kim wird zum neuen superstar gemacht oder wir haben was mitgebracht kennst du das ja genau eine zigarre und auf dieser zige nein 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 das ist eine ukulele das ist so wie eigentlich eine kleine gitarre so ein schönes instrument und darauf spielen wir zusammen ein lied wir bringen immer ein lied bei ja ja okay pass auf folgendermaßen wenn der helle mond auf seine Reise gehen und er sich rundherum um die Erde dreht. Die Mädchen singen. Die Vögel singen. Und alle singen. Nochmal. Das war's. Bis bald. Tschüss.